Schwer verletzt wurde am Montag gegen 20.35 Uhr ein Autofahrer, der mit seinem VW Golf auf der Autobahn 29 zwischen Nordkreuz und Abfahrt um Stede auf dem Hauptfahrstreifen von hinten auf einen Lkw prallte. Beide fuhren Richtung Osnabrück. Der Golf wurde durch den Aufprall nach links gegen die Leitplanken geschleudert und kam nach einer Umdrehung rechts im Graben zum Stehen. Der Fahrer konnte sich verletzt retten, ehe das Auto ausbrannte und von der Feuerwehr gelöscht wurde. Die Polizei musste Autobahn und Nordkreuz längere Zeit komplett sperren.